Hallo liebe Zello-Funk-User. Neu gibt es den Zello-Funk-Support-Kanal. Der Kanal zur gegenseitigen Hilfe. Immer wieder gibt es Zello-Funk-Neulinge mit vielen Fragen. Fragen zu Zello, Zello-Funk oder zu den diversen POC-Geräten. Dieser neue Kanal versucht den Neulingen zu helfen. Aber auch dem Profi, der natürlich ebenfalls eine Frage haben kann. Der Kanal ist moderiert. Es werden aber alle ohne Anmeldeprozedur freigeschaltet. Einfach auf den Kanal gehen und nach einem Moderator rufen. Zello-Funk-Radio-Operator, welche Neulingen auf diesem Kanal oft helfen, werden von den Admins automatisch zu Supportern, Moderatoren befördert. So kann ein Neuling, wenn er auf den Kanal kommt, gleich erkennen, wie viele Supporter sich auf dem Kanal befinden. Achtung, auf diesem Kanal sind alle freiwillig. Jeder betreibt Zello als Hobby. Wir sind auch nicht 24 Stunden online. Sei also bitte nett und habe etwas Geduld. Wir werden auch nicht alles beantworten können. Und wir wissen auch nicht alles. Die Hilfestellung ist kostenlos. Über ein Danke freut sich bestimmt jeder Supporter. Also hast du Fragen oder möchtest du gerne Fragen beantworten, melde dich an auf dem neuen Kanal Zello-Funk-Support. 7355 und viel Spass auf Zello-Funk. Oder auf dem Kanal Zello-Funk? Also Smartphone... Center nach Zello-Funk. Tabrikakt